Das neue stufenlose TTV-Getriebe wurde von Grund auf neu entwickelt. Hierbei standen die Effizienz, Langlebigkeit und extreme Zugleistung im Vordergrund. Nach zehntausenden von Entwicklungs- und Teststunden ist das Ergebnis ein neuer Meilenstein im Bereich der stufenlosen Fahrantriebe in der Landtechnikbranche. Das einzigartige stufenlose TTV-Getriebe. Dank des separaten Clean Oil Hydrauliksystems wurde die Ölmenge im Getriebe optimiert, Planschverluste somit vermieden und die Effizienz erhöht. Daneben konnten die Getriebeölwechselintervalle auf 2000 Stunden verlängert werden. Wie bei allen TTV-Getrieben beinhaltet auch das neue TTV-Getriebe je eine Kupplung für die Vorwärts- sowie Rückwärtsfahrt. Zudem zwei Bereichskupplungen für die erste sowie zweite Fahrstufe. Im Zusammenspiel mit dem mehrstufigen Planetengetriebe und den Hydrostaten entstand einem Aufbau einfaches, jedoch sehr effizientes, hydromechanisches, leistungsverzweigtes Getriebe. Eine Besonderheit des TTV-Getriebes weist hierbei der Hydrostate auf. Denn je nach Fahrgeschwindigkeit arbeiten die hydraulischen Einheiten entweder als Hydro-Pumpe oder als Hydro-Motor. Möglich macht dies das zweistufige Planetengetriebe in Verbindung mit den Bereichskupplungen. Lassen Sie uns nun aber losfahren. Wie bei allen TTV-Getrieben bietet auch das neue stufenlose TTV-Getriebe die Power Zero Function. Hierbei wird der Traktor nach Vorwahl der Fahrtrichtung ganz ohne ihr Zutun im aktiven Stillstand gehalten. Möchten Sie nun beschleunigen, geschieht dies in der ersten Fahrstufe, ganz ohne mechanische Schaltvorgänge und immer ruckfrei. Während der zügigen Beschleunigung des Traktors nähern sich die Drehzahlen der Bereichskupplungen bis zum perfekten Synchronlauf an. Hier wechselt das Getriebe vollautomatisch in die zweite Fahrstufe. Da der Gruppenwechsel innerhalb von Bruchteilen eine Sekunde stattfindet, nimmt dies der Fahrer nicht wahr. In der zweiten Fahrstufe verändert sich der gesamte Kraftfluss im Getriebe. Die Aufgaben der hydraulischen Einheiten werden getauscht. Der Hydromotor arbeitet nun als Hydropumpe, die Hydropumpe arbeitet nun als Hydromotor. Möglich macht dies das mehrstufige Planetengetriebe, welches den Kraftfluss nicht nur in den mechanischen und hydraulischen Bereich aufteilt, sondern im Anschluss auch wieder zusammenfügt. Dank dieses innovativen Aufbaus bietet Ihnen das neue stufenlose TTV-Getriebe den besten Technologie-Mix. Damit Sie Ihre Arbeit noch schlagkräftiger, komfortabler und effizienter verrichten können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017